Weisst du nicht was es heute ist? Heute Abend? Hä? Nein, wir sind hier in Kegiswil Es ist das tolle Jubiläum Ja, halt Es ist gratis trinken Gratis essen Im Fall Ja, das wissen wir nicht, das haben wir nicht ausgerührt Aber die A und ich waren jetzt hier etwa 2-3 Stunden Gratis gesoffen Gratis gefressen Ja, was ich sagen Wir sind nach Hause gekommen Also ich bin nach Hause gekommen Das Aktuell angeschaut Alles gratis Morgen auch Da haben wir gedacht, hier sehen wir den Milf und den Mavi Ja Ja, Alter Es geht voll gut Gratis Du kannst so feine Lachsbrötchen Und so Feine Höhre und Sachen Tiptop Ja, also wir haben jetzt Ich hatte 2 Bierchen Und ein Gin Tonic Und ja, er hatte 3 Bierchen Und ein Gin Tonic Und ja, er hat noch eine Südamerikanerin Ein bisschen rumgedrückt Und ich habe eine junge Russin Und so Ich meine alles Ja, voll gratis Ja, sie haben eben Jubiläum Weisst, Jubiläum haben sie Jubiläum Aber sie hat nicht geschrieben welches Also wo kannst du echt schauen? Du musst morgen das Aktuell angeschauen Es steht voll drin Nicht welches Jubiläum Aber Jubiläum Ja, also morgen bist du auch dabei, he? Ja, vom Kind und so, ja Ja, ja, vom Kind und so, ja Ja, aber nachher gehen wir hin Nachher gehen wir ins Tolli Hä? Ja, sowieso Ja, ja, ja Dann schieben wir schnell einen runter Ja, ja Vielleicht noch ein Separe Separe Ja, 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 ja Bist du mal nie, oder? Tiptop Hast du lange nicht mehr gratis gefogelt? Nein, ja, ja, ja Oh, noch nie, nein, ja Nein, so schlimm doch nicht, oder? Hhhon Höhö Minesstens auf자를 weg Ha, hheh Günstig ist er gewesen Hein phare Nicht gratis, aber ein günstig vanierter Höhö, scheiss egal Ahochh Also! Morgen, morgen, morgen Zuerst im andere Und nachher im Tolli Gut Welche 있습니다 ist nie? Was mit dem langen Zuri? An der Kasse! Komme ich dann gratis rein, wenn du an der Kasse bist? Ah ja, ok, viel lieber Verträge ich noch, ja. Ja, aber hey, uuuh, das gibt schon einen halben Dollyhouse-Dollar im Fall, ey. Weisst du? Ja, dann geben wir zusammen einen Dollyhouse-Dollar raus, ey, Alter. Weisst du? Hey, geile Russin, 20-jährige Russin, volle geile Schnitten, Alter. Heeeh, huuuuh. Huuuuh! Nein, muss niemand wissen, nach dem 2 Schieben sind, dann geben wir es hart einen durch. Haha. Ok, morgen mega fit, voll gerade. Mega Bumsen, ja, mega Bumsen. Bist du weit, tip-top, tip-top, Charlie Flache, jawohl. Also, Alter, bis morgen, träum süss und bis bald. Ciao, ciao, ciao.